Um den vielen jungen Seelen auf Sardinien, die oft schon mit wenigen Wochen auf sich allein gestellt sind, zumindest etwas das Gefühl von Wärme, Zuwendung und Geborgenheit zu geben, hat unsere liebe Kollegin Selin schon vor einiger Zeit den Ort der Geborgenheit Hunde ins Leben gerufen. Nun beschloss sie, diesen zu erweitern und auch den zahlreichen bedürftigen Katzen ein sicheres Plätzchen zu schenken, denn unser bisheriger Zufluchtsort wurde geschlossen. Zwei Freigehege, zwei Quarantäne-Ankunftsboxen sowie ein Zimmer für kranke Katzen stehen zur Verfügung, um mutterlose Kitten, aber auch kranke Tiere aufzunehmen. Im Ort der Geborgenheit Katzen werden sie medizinisch versorgt, aufgepäppelt und liebevoll an das Leben herangeführt. Und wenn die Zeit dann gekommen ist, werden sie auf ihr großes Abenteuer einer eigenen Familie bzw. Pflegestelle in Deutschland vorbereitet. Sie haben die Möglichkeit, sich in großzügigem Gehege frei zu bewegen. Es gibt Klettermöglichkeiten, Kratzbäume, Rückzugsmöglichkeiten, aber vor allem viel Raum zum Spielen und Toben. Die Kosten für die Unterbringung betragen vier Euro täglich. Wenn Sie Teil dieser wundervollen Arbeit werden möchten, freuen wir uns über eine Patenschaft. Schon ein Dauerauftrag ab 10 Euro im Monat hilft den dortigen Katzen. Bitte fassen Sie sich ein Herz und richten Sie Ihren Dauerauftrag mit dem Vermerk Patenschaft Ort der Geborgenheit Katzen auf unser Vereinskonto. Vielen Dank. Vielen Dank.